Hallo und einen schönen guten Tag herzlich willkommen zu einem Wetterpunktnetz-Spezial. Ja, draußen ist es sehr warm und zum Teil auch ordentlich schwül. Ja, und ein Maß für die Schwüle ist die Taupunkt-Temperatur. Wenn die über 16 Grad liegt, dann empfinden wir eben Luftmassen als schwül. Ja, und da stellt sich natürlich auch wieder die Frage, wie lange geht dieses Schwitzen noch weiter? Schwitzen bis der Arzt kommt oder der Eismann? Ja, je nachdem, was zuerst eintritt und wann ist diese Schwüle endlich vorbei. Hoffnung war ja so Richtung Wochenende, dass es deutlich kühler werden könnte. Aber diese deutliche Abkühlung ist doch mittlerweile mit einem dicken Fragezeichen versehen. Denn es bleibt wohl in vielen Regionen auch am Wochenende recht warm bis heiß und vor allen Dingen auch sehr schwül. Und das schauen wir uns jetzt mal ein klein wenig genauer an. Hier mal die Frühwerte vom heutigen Dienstagmorgen. Wir sehen, die lagen vielfach über 20 Grad. Wir sprechen dann von einer tropischen Nacht. In Waaghäusl gab es den höchsten Frühwert mit 23,7 Grad. Auch in Frankfurt war heute Morgen nichts mit Durchlüften. 22,6 Grad am frühen Morgen. In Mainz 22,5 Grad. Mannheim 21,1 Grad. Stuttgart 20,9 Grad. Und in Leipzig, da waren es 20,5 Grad als Tiefstwert heute Morgen. Ja und heute Vormittag, da waren auch die Taupunkte schon wieder richtig hoch. Ich sagte es bereits eben, die Taupunkttemperatur ist ein Maß für die Schwüle. Ab einer Taupunkttemperatur von 16 Grad und höher empfinden wir Luftmassen als Schwül. Und wir sehen, in Gasebach gab es heute Vormittag 19,8 Grad beim Taupunkt. Dresden 18,9 Grad. Trier 18,4 Grad. Mannheim 18 Grad. Gera 17,8 Grad. Bremerhaven im Norden auch 17,7 Grad. All das hier über den magischen 16 Grad beim Taupunkt. Das heißt, das große Schwitzen ist aktuell weit verbreitet bei uns in Deutschland. Also nicht wundern, wenn man teilweise sogar im Stehen ohne viel Bewegung anfängt zu schwitzen. Der Taupunkt ist schuld, beziehungsweise die schwülen Luftmassen. Ja und weiterhin, da strömt die sehr warme Luft hier direkt aus Nordafrika zu uns nach Deutschland. Die afrikanische Hitzeglocke hat uns auch in den kommenden Tagen fest im Griff, mindestens bis Donnerstag. Da kommt immer wieder in der Höhe die sehr warme Luft bis zu uns nach Deutschland voran. Die Temperaturen liegen dabei in 1500 Metern Höhe, teilweise so bei 18 bis 20 Grad. Und das bringt natürlich unten am Erdboden Toptemperaturen von 35 bis 37 Grad. Und die Luft ist eben auch sehr feucht, denn sie kommt über das Mittelmeer. Und deswegen ist die Schwüle sehr, sehr groß und der Taupunkt eben auch so hoch. Ja, schauen wir uns mal die Schwüle am heutigen Dienstagnachmittag an. Und wir sehen hier die Taupunkttemperatur. Die liegt auch heute Nachmittag wieder zwischen 16 Grad in Ostdeutschland bis zu 20 Grad in Westdeutschland. Das heißt, da ist auch heute Nachmittag eine große Schwüle vertreten. Auch morgen am Mittwoch geht es ähnlich weiter. Etwas weniger schwül hier im Nordosten bei einer Taupunkttemperatur von 14 bis 15 Grad, sonst so 17 bis 20 Grad. Also besonders im Südwesten geht auch morgen das große Schwitzen weiter. Der Blick auf den Donnerstagnachmittag, es ändert sich relativ wenig. Teilweise im Nordwesten eine Taupunkttemperatur von 22 Grad. Also wirklich eine ordentliche Schwüle. Da heißt es schwitzen, schwitzen, schwitzen. Ein bisschen Spannung Richtung Osten. Und der Freitag, es geht ähnlich weiter. Hohe Taupunkte vor allen Dingen hier im gesamten Westen, aber auch teilweise im Norden und Nordwesten. Hier jeweils so um die 17 bis 21 Grad. Ja, und dann kommt das Wochenende und wir sehen, die Schwüle bleibt erhalten. Auch am Samstag ein sehr hoher Taupunkt, hier so 18 bis 19 Grad. Im Nordwesten bis zu 20 Grad, also deutlich über den magischen 16 Grad, ab dem wir die Luftmasse als schwül empfinden. Ein bisschen spannter Richtung Ostdeutschland. Und ähnlich auch der Sonntagnachmittag wieder sehr hohe Taupunkte, vor allen Dingen im gesamten Westen. Ein Taupunkt von 18 bis 19 Grad. Und hier im Osten, da ist es ein klein wenig angenehmer, hier so 13 bis 15 Grad. Also hier ist die Schwüle kaum vorhanden. Ja, zum Schluss mal der Blick auf die Wetterentwicklung für zwei Städte in den nächsten Tagen. Zunächst der Wettertrend für Berlin. Ja, und siehe da, die Hitze verschwindet gar nicht so schnell, wie das hier und da zeitweise mal ausgesehen hat. Ganz im Gegenteil, hier die Höchsttemperatur für Berlin von heute Dienstag bis zum kommenden Montag. Und wir sehen eigentlich täglich Höchstwerte um oder knapp über 30 Grad. Und auch nachts bleibt es relativ warm. Die Temperaturen immer so 18 bis 20 Grad. Also bis zum Montag ist zumindest im Osten in Berlin keine große Abkühlung in Sicht. Ganz im Gegenteil, das Sommerwetter geht weiter, viel Sonnenschein, teilweise über 13 Sonnenstunden. Der Hochsommer geht also auch am Wochenende weiter und damit auch das Schwitzen. Und hier noch der Wettertrend für Frankfurt am Main. Und da sehen wir zunächst sehr hohe Temperaturen, teilweise ja um 35 Grad, 36 Grad. Dann wird es aber mal zum Freitag und Samstag ein bisschen kühler. Wobei wir haben immer noch Tageswerte um 29 Grad und eine drückende Schwüle. Es ist sehr feucht, ab und zu gibt es Schauer und Gewitter. Doch danach geht es schon wieder rauf am Sonntag und Montag. Teilweise wieder Temperaturen in Frankfurt über 30 Grad. Also es gibt nur einen kleinen Temperaturrückgang, wie es momentan aussieht. Dann wird es aber rasch wieder etwas wärmer. Also wir können festhalten, eine Abkühlung zum Wochenende ist eher nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil, es geht sehr warm und teilweise auch heiß weiter. Und auch das Ganze über das kommende Wochenende hinweg. Ja, das war's vom Wetter hier bei wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung, ich bin Diplom-Meteorologe bei wetter.net. Und wenn euch unser Wetter-Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetter-Kanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Dienstagabend.